und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mal wieder mit einem set von q man und zwar aus der police battle forces reihe die w1929 das hunting down carrier vehicle wo wir hier so eine art abschlepptruck einen hochmodernen polizeiwagen und eben auch zwei bösewichte die sehr an einen bekannten film bösewicht angelehnt sind und zwei polizisten bzw ein polizist und wie es aussieht eine polizistin bekommen insgesamt haben wir in diesem set 441 teile und wie schon angesprochen vier minifiguren und man bekommt dieses set momentan noch für ungefähr 20 euro am markt auf der rückseite sehen wir das set noch einmal aus einer anderen perspektive und verschiedene spielszenen die eben möglich sind mit diesem set und viel mehr spannendes findet man bei diesem spiel set auch nicht auf der verpackung bevor wir jetzt aber weitermachen möchte ich euch noch einmal darum bitten das set unabhängig von dem streit von q man und johnny's world zu betrachten natürlich sind dort sachen gelaufen die nicht wirklich in ordnung waren das macht aber das set am ende als spiel set nicht weniger schlecht oder weniger gut ich mache das ganze jetzt auf jeden fall mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an wir haben in der außen verpackung noch einmal diesen innen karton und der ist dann ganz gut gefüllt insgesamt haben wir vier größere bauabschnittstüten in denen sich dann noch einmal kleinere tüten befinden die kennzeichnung von den tüten finde ich sehr gelungen die fällt direkt ins auge dann haben wir noch zwei solche leiter teile und wir haben hier eine plate die einzeln in der verpackung dabei ist genauso wie die anleitung die dann auch einzeln in der verpackung liegt über die steine qualität reden wir natürlich wie immer dann während des baus wenn wir auch wirklich etwas über die steine qualität sagen können und hier haben wir schon die anleitung diese ist klammer gebunden ich finde die druck und papier qualität ist sehr gut wenn wir diese ausschlagen finden wir hier auch direkt den sticker bogen eingeklebt ich finde den sticker bogen hier völlig in ordnung denn punkt 1 es ist ein spielset und punkt 2 es sind ja auch viele sticker dabei die man nicht unbedingt braucht und gerade diese beschädigungen kann man sich dann eben selbst überlegen ob man diese aufklebt oder nicht am anfang eines jeden bauschritts wird immer gesagt welche tüten man dafür benötigt und wie weit man dabei kommt und es wird immer verblasst dargestellt was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird dann in vollfarbe dargestellt insgesamt haben wir 33 seiten auf denen das set gebaut wird und auf der 34 seite ist dann noch einmal die funktion gezeigt eine teilliste haben wir leider nicht in der anleitung das finde ich immer etwas schade ich bin auf jeden fall sehr gespannt was dieses set hier als spielset kann und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem zweiten bauabschnitt wieder als erstes bauen wir die vier figuren die schauen wir uns gleich zusammen an dann bauen wir dieses polizeifahrzeug und soweit sind wir auch schon beim autotransporter truck gekommen aber wie gesagt wir schauen uns heute ausnahmsweise mal zum start direkt die figuren an und da haben wir diese vier kollegen vor die zwei gangster mit den clowns masken die sind mit solchen grauen gewehren bewaffnet und ich finde die figuren an sich wirklich gut klar diese bubble heads kann man mögen man muss sie aber nicht mögen aber ich finde dass hier human qualitativ auf jeden fall schöne figuren an den start gebracht hat aber wirklich bestand hatten sie am ende ja auch nicht und dann haben wir noch die polizistin mit einer kleinen handfeuerwaffe und den handschellen auch diese ist wirklich schön bedruckt und sie gefällt mir auch an sich sehr gut man kann sie halt leider alle nicht sitzend aufnoppen und wir haben noch diesen polizisten mit einem schwarzen sturmgewehr dabei dieser ist leider eher spärlich bedruckt also mir gefallen die figuren im großen und ganzen gut auch wenn mir die neuen kiddies jetzt von torsten besser gefallen man muss auf jeden fall auch bei den shops darauf achten ob sie diese figuren eventuell rausnehmen da diese figuren ja auch angefechtet worden sind danach haben wir dieses kleine polizeiauto gebaut das gefällt mir im großen und ganzen für die wenigen teile gut es ist rudimentär aber für die wenigen steine haben sie es wirklich geschafft hier ein schönes fahrzeug draus zu bauen einzig und allein die grauen türen gefallen mir nicht wirklich klar soll ein farblicher akzent sein genau wie vorne bei der schnauze aber die türen sehen eher falsch an dem fahrzeug aus ich finde es schade dass hier kein sitz verbaut wurde sondern nur so ein werkzeugkasten das ist aber auch irgendwo der größe geschuldet und mich erinnert das ganze so ein wenig an solche öl scheichländer bei denen irgendwelche luxusschlitten und irgendwelche supersportwagen am ende zu polizeifahrzeugen umgebaut werden und auch ein wenig an need for speed erinnert mich dieses fahrzeug also mir gefällt ist ziemlich gut auch wenn es natürlich mit unserer deutschen realität nicht viel zu tun hat und auch die grundform des trucks wird ja eher amerikanisch aber von der konstruktion die wir gebaut haben gefällt mir dieser truck bisher auch wirklich sehr gut die steinequalität ist vom verbauen richtig richtig gut ich mag das baugefühl und die klemmkraft ist auch am ende top das einzige problem was ich mit den steinen habe ist aussehenstechnisch dass wir bei dem blau doch sehr viele verschiedene blautöne haben und das set hier ein wenig mit farbabweichungen kämpft genauso auch hier vorne bei dem rot ton der nicht hundertprozentig übereinstimmt für ein spielset ist es trotz alledem auf einem gut ertragbaren level und was mir an den steinen besonders gut gefällt ist dass sie auch wirklich glänzend sind wenn wir eine hochglanzoberfläche haben hier sind nur wirklich wenige mikrokratzer drauf und mit der oberfläche von den fliesen haben ja viele andere hersteller probleme das hat human bei diesem set hier schon besser gelöst also ihr merkt ich hatte bisher wirklich spaß damit und dementsprechend mache ich jetzt auch weiter und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen truck wieder und damit ist der autotransporter auch schon fertig ich finde ja für so einen amerikanischen truck vorne mit großen polenfänger haben sie den echt cool gestaltet also gerade dieser vordere aufbau hat mir richtig spaß gemacht und der sieht auch für ein city ähnliches fahrzeug richtig richtig gut aus klar es hätte vielleicht nicht unbedingt die gelbe scheibe sein müssen aber kinder stehen natürlich beim spielen auf sowas und ich muss sagen die scheibe ist auch richtig gut angekommen also die ist komplett trance da sind so gut wie keine kratzer drauf er noch meine fingerabdrücke vom verbauen also die sieht richtig gut aus genauso wie der truck im allgemeinen von vorne spannend ist auch die bautechnik hier vorn bzw das teil hier vor denn hier handelt es sich um ein großes formteil was dann mit zwei pins in einen technik brick gebaut wird und so befestigt wird und ich finde dieses teil macht schon von der optik dieses trucks sehr sehr viel aus auch erwähnenswert finde ich ja diese teile hier denn die leute die schon mal älteres lego in der hand hatten werden es kennen wenn auch vielleicht nicht unbedingt in diesem blauton das sind lanzen aus alten ritter sets das finde ich ja cool wenn man solche teile dann wieder entdeckt und auch der rest des autotransporters kann sich meiner meinung nach wirklich sehen lassen und dann haben wir ja auch noch eine coole funktion in diesem autotransporter denn wir können ihn hier vorne einfach mal anheben dann kann man ihn nach hinten wegklappen und verlängern man kann ihn dann auch hier vorne arretieren dass er wirklich fest ist so kommen wir ungefähr auf 50 cm in der länge und dann haben wir hier hinten diese kleine rampe damit man eben die fahrzeuge hier rauf und runter fahren kann an sich finde ich das super cool und das funktioniert auch mit dieser laufschiene die wir durch die leitern hier gebaut haben sehr sehr gut es gibt dabei leider nur ein grundproblem denn man könnte ja auf die idee kommen ja ein kleiner speed champion also ein 6 noppen speed champion wird da bestimmt drauf passen aber leider nicht denn die ladefläche hinten ist auch wirklich nur genau sechs noppen breit wodurch dann auch ein sechs noppen speed champion nicht reinpasst weil ja auch die räder und die anbauteile immer etwas weiter nach außen stehen wenn man dann den transporter mit solchen speed champions schüttern wollen würde müsste man diese randteile hier abnehmen oder die ladefläche verbreitern das würde auch aussehensmäßig noch gut passen weil ja der trackform auch relativ bullig gebaut wurde eine sache die ich zum spielen vielleicht noch abnehmen würde sind diese zwei anbauten hier hinten die sind zwar an sich sehr cool weil die auch aus einem flat silber gemacht wurden und damit natürlich als deko an dem track richtig gut aussehen aber wenn wir diese anbauten dran haben dann haben wir mit der entrampe immer noch ein teil der eben nicht den boden berührt vor allem die zwei auffahrteile an sich weil eben diese deko teile die dran sind eher auf dem boden aufsetzen als die rampe das ist natürlich dann auch beim spielen etwas hakelig weil man das fahrzeug anheben muss dann irgendwie hier drauf fährt ist dann hier auch wieder halb aufsetzt und auch mit den spiegeln hängen bleibt und dann erst auf den transporter genommen werden kann das wird ein kind beim spielen jetzt nicht massiv stören aber auch hier gibt es vielleicht noch potenzial mit einem kleinen umbau obwohl ich auch für mein teil zugeben muss mir gefällt ja in der kompakten form viel besser wenn wir ihnen zusammen klappen man muss sich aber natürlich auch in dieser form leider eigene autos dafür bauen oder human bietet ja auch solche fahrzeuge in fünf noppen breite wie auch das polizeifahrzeug ist noch mal einzeln an um den transporter damit auszustatten oder man baut ihn wie gesagt um das wäre dann wahrscheinlich meine variante denn ich finde den track wirklich gelungen ich finde die funktion simpel und einfach aber sie bringt richtig viel spielwert rein und da ist es schade dass man dann die kompatibilität zu den sechs noppen fahrzeugen wie ja sehr sehr viele fahrzeuge in der klemmbausteinwelt sind eben leider nicht hat die steinequalität ist weiterhin genauso top gewesen wie ich das schon im zwischenbauschritt mit euch besprochen habe bis auf die kleinen farbabweichungen die absolut tragbar sind auch die flat silberteile haben sich sehr gut verbauen lassen und die klemmkraft ist hervorragend die sticker finde ich wie gesagt bei so einem set in ordnung was ich aber immer schade finde ist das wie hier bei der motorhaube leider ein großer sticker über vier teile geklebt wurde das ist finde ich immer eine doofe lösung weil man halt dann die motorhaube auch nicht mehr auseinander bauen kann man kann natürlich noch figuren ins fahrzeug setzen dieser ganze vordere teil hier lässt sich relativ leicht abnehmen und damit haben wir an sich alles gesehen was an diesem wagen hier dran ist also gerade wenn man noch auf die bubble heads als figuren steht und ich denke die sind für kinder zum bespielen sowieso eine gute sache dann hat man hier richtig freude mit dem set und sehr viel spiel wert in so einem kleinen set für einen wirklich moderaten preis von 16 bis 20 euro je nachdem wo man es erwischt und deshalb gibt es von mir für dieses fahrzeug auch auf jeden fall eine kaufempfehlung allein schon und ja ich muss den witz leider wieder bringen es tut mir schon mal im voraus leid weil der truck türen hat und wir alle wissen das steht für qualität und natürlich das und alle anderen guten punkte die ich hier genannt habe geben dem set für diesen preis eine kaufempfehlung ich hätte als kind mit dem teil sehr sehr viel freude gehabt wenn ihr natürlich selber schon mal berührungspunkte mit diesem set hatte dann schreibt gern mal eure erfahrungen dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick